Die diesjährige Preisverleihung ist vor etwa einer halben Stunde zu Ende gegangen. Mit Dieter Wellershoff hat zum ersten Mal ein in Köln lebender Autor den Heinrich Böll-Preis erhalten. Dieter Wellershoff ist 63 Jahre alt, stammt aus Neuss und hat 1952 in Bonn mit einer Arbeit über Gottfried Benn promoviert. Sehen und hören Sie zunächst Ausschnitte aus der Laudatio, die der Gießener Literaturwissenschaftler Konrad Wiedemann heute Abend auf Dieter Wellershoff gehalten hat. Weißt du, was ich manchmal denke? Dass ich mir eine Katastrophe wünsche, die alles verändert. Aber die Regel ist, dass ich dagegen ankämpfen muss bis zuletzt. In abgewandelter Form könnten das die meisten Helden Wellershoff sagen. Die künstliche Ruhe, das scheint die larvierte Depression des angepassten Lebens zu sein. Und die Katastrophe, das mehr oder minder unbewusste Wunschbild einer totalen, wenn auch zerstörerischen Befreiung von der Fessel dieser Anpassung. So sehen wir, meine Damen und Herren, am heutigen Tag Dieter Wellershoff, den großen Essayisten und Erzähler einerseits als den eigenständigen Vertreter einer Kölner Realismustradition seit 1945, für die neben den beiden genannten leicht weitere Namen ins Feld zu führen wären, andererseits als einen markanten Einzelgänger in der deutschen Literaturlandschaft der letzten 30 Jahre. Mit Fühlern vielleicht zu den Schreckensmännern des 18. Jahrhunderts, nämlich Werther oder auch Anton Reiser, vielleicht zu Schopenhauer, vielleicht zu den französischen Existenzialisten, vielleicht zu den Boets Maudi des amerikanischen Romans. Aber ansonsten kühn und kompromisslos auf sich selbst gestellt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Werk hat vor 15 Jahren begonnen, wobei wohl nicht zufällig die besten Beiträge aus dem angelsächsischen kamen. Aber sie wird natürlich weitergehen, denn er selbst steht ja noch mitten in der angespanntesten Arbeit und, wie mir scheint, auch vor neuen Höhepunkten seines Werks. So bleibt mir denn am Ende meines Laudatio-Versuchs ein kleiner persönlicher Dank für die Krune-Wahl der Einführung ins realistische Sehen und der große Wunsch, dass Dieter Wellershoff noch lange die Lebensangst unserer Zeit nicht aber sich selbst im Bild verschwinden lassen möge. Ich darf ihm herzlich zur Verleihung des Heinrich-Böll-Preises 1988 gratulieren und den Stiftern wie der Jury herzlich zu ihrer Wahl. Ich danke Ihnen. Nicht ohne ein leise mitklingendes Erstaunen erlebe ich diese festliche Stunde. Obwohl ich viel Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, bin ich schlecht dafür gerüstet. Ich war und bin eingestellt auf das Gegenteil, das Klappern der Schreibmaschine in der Abgeschlossenheit des eigenen Zimmers und die jahrzehntelange Gewohnheit dem Literaturbetrieb und den Instanzen der öffentlichen Meinungsbildung den Rücken zu kehren und allein der sich allmählich entwickelnden Logik des eigenen Textes zu folgen. Fremde Stimmen, fremde Meinungen durften sich da nie einmischen, schon gar nicht die auf dem Literaturmarkt herumgeredeten und vollstreckten Vorurteile, die vielen von der kritischen Ordnungspolizei aufgestellten Verbotstaffeln und Wegweiser, die die eigene Imagination, die eigene Wahrnehmung des Lebens nun behindern können. Es gibt keine glaubhaften Rückgriffe auf überpersönliche Wahrheiten mehr, denn der geistige, der künstliche Diskurs ist aufgesplittert in eine Vielzahl von Stimmen. Wie alter Schnee sind die letzten kulturellen Normbestände weggeschmolzen, es sind Immobilien ohne Wert, die keiner mehr beleihen kann. Literarische Wahrheit wird nur noch individuell begründet, dort, wo der Schriftsteller mitten im Fremden mit der Welt zusammenstößt, wo seine persönlichen Beunruhigungen, Träume, Reizbarkeiten, Gestalt gewinnen, auf weiten Fantasie-Expeditionen und Erfahrungstrips durch den Stoff seiner Zeit. Sicher verstehen Sie jetzt besser, weshalb in meiner Freude über diese festliche Stunde eine leise Verwunderung mitklingt. Die tief eingegrabene Überzeugung von der notwendigen Einsamkeit und Selbstbestimmtheit der schriftstellerischen Arbeit und ihrer ganz ungewissen und unkontrollierbaren Wirkung lässt mich staunen über den festlichen Einklang dieser Szenerie. Ich bin nicht unempfindlich dafür, ich will gerne zugeben, dass es mich wärmt. Doch ich muss zugleich von der Lesart ausgehen, dass feste, symbolische Handlungen sind, die utopisch über ihren Anlass hinausreichen. So wie am Ende der Komödie alle Konflikte gelöst scheinen und alle Akteure sich im Tanz finden, bis der Narr im Epilog davon sinkt, dass draußen weiterhin der Regen fällt, so ist auch jedes Fest eine gespielte, geträumte Versöhnung, in der die Widersprüche des Lebens vorübergehend verstummen. Ich nehme es gerne so in mich auf. Denn es wird in der Schwebe gehalten von einem ganz anderen Grundgefühl, das mich nie verlassen hat und einen Treibsatz meines Schreibens darstellt. Es ist ein Bewusstsein, eine Empfindlichkeit dafür, dass die Welt für sich da ist, nicht auf mich zugeordnet und nicht auf mich angewiesen. Dass vielmehr meine Existenz, wie jede andere auch, in ihrem Ursprung und ihren besonderen Umständen und Bedingungen zufällig ist und genauso gut gar nicht hätte stattfinden oder anders hätte verlaufen können. Biografisch ist diese Erfahrung verschärft worden durch den Krieg, den ich, mehrfach hat mir das deutlich vor Augen gestanden, nur zufällig überlebt habe, warum ich und nicht die vielen anderen um mich herum. Ich hatte keinen größeren Anspruch darauf und auch keinerlei Verdienst daran. Am Grunde unseres Daseins wird Lotterie gespielt, so wie man es banal genug oft im Fernsehen erleben kann, irgendeine verlegenen, lächelnde Person zieht aus einem Berg von Einsendungen ein paar Karten hervor, die mit Gewinnen belohnt werden, alle anderen wandern in den Reißwolf. Wenn ich inmitten fremder Menschen durch die Stadt gehe, denke ich oft, dass sie alle Mitspieler in dem großen Experiment Leben sind. Jeder ein neuer, unwiederholbarer Versuch, zurechtzukommen mit den Umständen und Bedingungen, in denen er sich vorfindet. Gerade weil es unvermeidbar ist, dass man sich im Gewimmel der Straßen und Kaufhäuser und im Gedränge der Verkehrsmittel auf schnappschussartige Wahrnehmungen beschränkt, baut sich hinter dem Gewissen. Während die Autoren der 50er und 60er Jahre von einer allgemeinen Aufbaustimmung begünstigt wurden, weht den Schriftstellern heute ein kalter Wind ins Gesicht. Und hier sehe ich einen wichtigen aktuellen Sinn eines solchen Festes der Literatur, wie wir es heute feiern. Es repräsentiert den Wärmestrom der Sympathie, der Erwartung, des Interesses, der nicht versiegen darf, wenn man will, dass es schöpferische Fantasie und lebenskräftige künstlerische Werke gibt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.